80 jährige Geboots 80 jährige Geboots Die 80 jährige Geboots hat mich entdeckt Wir sind nicht schlecht gespawnt, Mats Ja Wir brauchen schon was von rechts gehört Ringen Aber müssen wir nicht davor Ist das hier unten drunter? Ach du hast recht Ich bin drinnen Hm So jetzt müssen wir aber da rüber oder? Zum Exit ne? Ja Seit Beginn können wir oben durchs Büro gehen Aber das Oder durch den Keller hinten lang Factory Key hast du nicht oder? Hab ich nicht mit ne, also ich hab ihn auch nicht mit Ok Ich hab gedacht jetzt gerade Dann müssen wir doch hin zum Gate 3 ist das glaube ich oder? Weiß ich gar nicht Aber wenns dran stehen würde könntest du sagen aber So Wir können höchstens hier runter Und durch den Keller Oh ne das ist auch blöd Diese Kellergänge gehen wir auch auf den Keks Sieht alles gleich aus ne? Ja vor allem so lang weißt du Dann kommt einer rumgeschnitten Hältst du ein langes Ding in den unten im Gang Hast du den rechts gehört? Da? War ein Spieler Hinter dem blauen Container Mhm Hast du es gesehen? Ja Ich hab den Kellergang gerannt Schießt du? Ne der hat auf die Fasse gekriegt von jemand mit Pistole Wo bist du Benji? Ich bin hier hinter so einem blauen Kanister äh Container Ich bin vorne beim Durchgang zu wo die Pornomedel seien Was soll ich denn das sagen also Richtung Exit halt ne? Ok Schießt du mit dem Skepp? Ja Wir haben einen Stern Ich bin hinter dir Ach da hier meins Aha ok Neben mir ist jemand Ja So über mir ich weiß es nicht Da ist er irgendwo hochgesprungen Auf irgendwas hochgesprungen Mhm Da ist ja nicht dieser blöde Bunker wo du Pumpensteuerraum Da kannst du doch irgendwie hoch springen Ich kenn mich hier nicht aus Da ist ein Hubschrauber durchs Dach gestürzt Das habe ich ja noch nie gesehen Achtung 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 Das sind zwei 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 Vorarbeit geleistet Der Idiot sitzt hier oben auf dem Dach Ja Auch denke ich an den Quest Ja 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 Das sind zwei Ja 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 Ich mach alle zwei Haben sie sich verdient ihren Tod Du sagst das Ja 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 Achtzigjährige Geboots Achtzigjährige Geboots Die achtzigjährige Geboots hat mich entdeckt Achtzigjährige Geboots kennst du nicht? Nee So, achtzigjährige Geboots 80-jährige Geboots ist tot. Hast du es? Ich habe es umgemacht. Gibst du. Ja. Ein Stück Kulturerbe ist von uns gegangen. Sie war schon 10 mal 80 geworden. Jetzt bin ich ein Stück. Okay. Ich habe es schon einmal gemacht. Ich kann den nicht looten, weil hier die scheiß Cliffs ihr Unwesen treiben. Ach, das ist ein Toter. Was hängt da so ein Junge an? Er kam aus Nippa, Womset. Der Junge ist da zornig. Kommt doch nix angeschissen. Scheiße. Oh, das war ein Spieler. Mist. Kann die Quest nochmal machen. Ja, dann ist es halt so. Ne, was ist denn das? Spiriton Beric, was ist denn das? Das war ein Scaf, Alter. Aber ein Spieler. Ein Spieler Scaf, das kann sein, ja. Du hast da vorne dieses Meltel Symbol. Ah ja, du hast recht. Stimmt. Entschuldigung, erst mal da mitgekriegt. Dass das ja anzeigt, was... Was habe ich überhaupt für XP gekriegt? 1800, Alter. Das ist der Wahnsinn, oder? Pff, das ist ein Witz, oder? Hm. Zwei Spieler, drei Scafs. Das ist der Wahnsinn. das ist ein Witz, oder? Untertitel של banda הזה. könne Verrass. 王s ist Freiheit. Applaus dreams. Toδ live.